einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zu einer neuen folge von my time and sandrock wir sind noch in der wüste mit mir meine ich lotti und mich und das boxerschwein ist auch am start den machen wir natürlich weg er gibt uns nämlich leder leder mögen wir na komm warte der ist zu schnell die fußarbeit ist einfach zu gut da müssen wir die dolche nehmen damit wir auch ein bisschen fußarbeit haben und nicht so langsam unterwegs sind wie mit dem großschwert dann können wir ganz entspannt weiter holz hacken diese ruhe die nach dem fight ins sind wieder einsetzen schön wir haben die aufgabe für die bahnbrechende neue schmiere den hypopolik inkubator zusammenzubauen ich sehe gerade wir haben glaube ich auch alles dafür hätte man eigentlich schon so machen können aber ja ich sagen hoppeln wir mal heim aus der hause so gut wie weg dann können wir auch mal heim gehen kurz den hypopolik inkubator zusammenbauen das dürfte ja gar kein problem sein wir sind ja nicht umsonst handwerker der beste natürlich der allerbesteste der bestesten wir brauchen auch noch so eine schöne bahnstrecke muss haltestelle damit wir die vor unser schifter positionieren können warum auch immer wir das noch machen müssen ja gibt es hier keine cash für und die schnellreise nutzen wir nicht also was eigentlich sinnfrei ist zu machen aber wir machen es natürlich trotzdem weil wir es können kurzen abstecher vielleicht runter ins adlernest nachdem wir letztes mal waren und ja ich sag mal vorbeigeritten sind wirkt sich mich die frage ob hier ich bin an der falschen stelle wo ist die brücke die zu dem nest führt nach unten weiter ja hier die muss darunter ach da kann man nicht immerhin ich glaube hier gibt es nur federn oder gibt es gar nichts da gab es nur was einmal was aber fies ich will doch mehr die haben zu mal ein ei klauen oder so und wir dürfen wenn die echt nicht vergessen vergesst immer dass wir ich gerne freuen habe das importe aber so geht es sind bei mir eingezogen da weißt du bescheid die alte ist halt da aber hier wir könnten ja mal sterne gucken gehen wir haben jetzt ein teleskop auf dem dach der oben ist disco äh moment mal das rest ist das hier essen gehen bis morgen okay müsste wissen man müssen wir dafür sprechen den müssen wir bauen blumentar brauchen wir noch okay also nicht wo wir wenn die nachts finden hier auf der straße machen hier wieder sachen schon wieder alles illegal äh ja ist der noch nicht fertig aufnehmen dieser hübsche stand mit einem jakmel schild kann vor städtern genutzt werden umstände in der stadt aufzustellen die dekorationen sind ein besonderer blickfang so wo ist denn mein heteroponik ähm müssen wir denn nicht hier irgendwo vermutlich bauen nein unsere mittlere schmiedemaschine die könnte man bauen industrieller wie der verwörter ah da brauchen wir eine druckanzeige brauchen wir einen fortgeschrittenen mechanischen schrott ah ja wer baue ich denn etwa hier drüben da baue ich nur filterkerne dafür brauche ich fasergewebe freunde gehen wir einfach mal in die mission rein ich verwende die baumanleitung von key um die hydroponik inkubator an der montage station zu bauen montage station dann waren wir doch schon mal an der richtigen stelle seite 1 seh mal nix seite 2 seh ich auch nix auch wenn hier immer noch was ist 3 nein da nehmen wir noch den wo alles blinkt und beleuchtet da brauchen wir nur die zwei filterkerne noch dafür brauchen wir fasergewebe 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 ist jetzt nicht ausgegangen für den auftrag da haben wir jetzt noch genug gehabt aber dafür brauchen wir fasergewebe das kriegen wir tatsächlich nur aus dem verlassenen ruinen der gecko station das waren die gefahrfallen das waren die hier hinten da müssen wir da hinten morgen definitiv bei hinten gehen dann können wir die mission ja gar nicht abschließen das ist natürlich die frage wo ist unser weib gehen wir mal auf die suche wovor steckst du dich rein ja blumen saloon hat sie mausi poopsi was geht ab immer noch das ziel natürlich ein haustier aufzubekommen schönes rippenfleisch ja das gefällt dir ich weiß jetzt nicht ob sie mehr gefallen hat als hundefutter aber schon mal nicht schlecht auf jeden fall wo könnte wenn ich wo wenn die wohnt uns zu hause ihn läuft hier natürlich noch rum Ernest auf der treppe sind auch Leute Maguille und Justice wer wohnt hier zu verkaufen verkaufsdapel steht noch nicht fest ok hier ist ein bisschen Disco Apartments da wohnen doch bestimmt ein paar Leute hallo angeblich ist hier wer aber hier ist niemand ich sehe hier keinen über mir vielleicht hi niemand da auch niemand da auch niemand da ah hier wohnt oh was geht ab hanging out with you has given me an idea for a new theme park attendees will all be given mini workshops where they can receive commissions and play with fantastical machines I'll call it builder world where all your builder dreams come true oh ja so long partner da würde ich sagen das hört sich gut an hier ist niemand hier ist auch niemand da war Katori drin der 301 und der 303 ist niemand drin 203 meine ich natürlich mir ist es etwas unangenehm dass ich nicht weiß wo äh da ist jetzt wer drin Jensen ich finde es auch schön dass die hier so keinerlei form recht auf Privatsphäre haben ne hier über mir ist ja die Dings ok also scheinbar wohnt Wendy nicht in den Apartmenthäusern ich krieg noch raus wo meine Freundin wohnt wie so ein Creep verkaufen verkaufsdatum steht noch nicht fest so hier wohnt ja wahrscheinlich Erwio und seine Schwester nein ok hallo hallo da wohnt gar keiner hier war eben irgendwo was zum aufheben oder auch nicht Centwork Stockpile da kann ich auch noch nicht rein immer noch unerhört finde ja aber wo könnte Wendy ich habe keine Ahnung wo Wendy wohnt morgen Abend können wir uns nicht daten weil wir sind ja zum Essen eigentlich ich könnte sie einfach mitnehmen zum Essen warum auch nicht ne ich meine das ist meine Freundin Ancho hat eh keine Freunde also äh ne wär eigentlich ne Win-Win-Situation so würde ich sagen wir beauftragen nochmal Dinge Sandreiskuchen auch noch Zucker na gut Dings wird auch nicht mehr Throne wird auch nicht mehr offen haben ist ja auch schon ein bisschen spät jetzt so mehr Aluminium Schrotthammer glaube ich nicht nö und einfach fortgeschrittenen mechanisch oh oh ist hier auf einmal so viel drin auch immer wer den herbekommen soll Guck mal Segel durch stellen mal direkt nochmal 2 her so herstellen auch hier stellen mal was hier Gummi Schrott okay nehmen wir schon abgefahren aus das teil auch wenn die filter und noch fehlen aber trotzdem eisenplatte einmal 17 stück brauchen wir jetzt eigentlich nicht so viele stäbe sieht halt nicht gut aus wir haben super viel von den materialien auf der anderen seite wenn wir sie verwenden nachher brauchen wir für was anderes die angst ist halt schon da ne die angst ist da und real jetzt würde ich sagen wir gehen erst mal ins bettchen morgens neue tag der neue rezepte dann können wir wieder neu forschen geht ja da ist reif natürlich würde ich mal sagen wir gucken warum gerne reif ist einfach erwachsen mohn jungs und mädels was geht ab ja da habe ich auch reif geworden könnte die frage kann ich jetzt hier auch gucken wie genau sie noch hart am wachsen wirken hat nur noch 90 prozent energie ok ich habe doch gestreichelt wird ausgewachsen verstehe nicht diese diese prozent vielleicht soll ich sie jetzt einfach verkaufen weiß es halt nicht so habe ich jetzt hier eine schatztruhe direkt auf meinem grundstück zehn jagdmehlmilch ist halt schon strong gut klopfen wir direkt mal holzreste rein ja hier ist ja auch schon fertig holzreste oh ne warte lass dich schrot muss man schon mal akzeptieren dann jogi ich habe vor mir bald einen tag freizunehmen um ihn mit jasmin zu verbringen als ich ihr davon erzählt habe hat sie darauf bestanden dass wir dich mitnehmen anscheinend bist du ihr lieblings babysitter dich hat ganz angetan von dir zu sein jedenfalls würde ich mich freuen wenn du mitkommen würdest weiß dass es lästig ist aber sie liebt es zeit mit dir zu verbringen und ich möchte sicherstellen dass sie einen schönen tag hat kommt diese woche morgens zu mir wenn du zeit hast trudi und unser rezept für die mittlere schneidermaschine ja heute haben wir eigentlich keine zeit weil heute müssen wir theoretisch da ins labor um das also hydro ding da zu bauen und ich meine rein theoretisch sollte das vorgehen was zum wachstum aller beiträgt und so weiter und so fort aber ich meine wir können uns auch einen coolen entspannten tag mit und das min maus sehe ich jetzt auch nicht so als problematischer kleidung mit alle waren wir gehen hier und gelegte vier die haben wir ja noch platz wunderbar ja und im inventar haben großen ganzen ja auch noch platz dann brauchen wir natürlich auch fräge für heute segeltuch verstandete holzstock geheil nehmen wir nehmen wir die habe ich nicht oder doch habe ich immer auch ordentlich cash ich glaube ich habe verstandete holz bretter gemacht ich auch fünf ich habe drei so stellen wir welche her ist auch gar kein problem okay wir müssen auch wieder hier gärtnern wenn ich kommt eh so die krasse offenbarung wenn wir den hydrophonik da hergestellt haben und dann wird hier alles hardcore gefruchtet an gar nicht samen ach du weißt doch was ich meine so rein damit nachdüngen kein problem okay wir brauchen jetzt weil die jute melonen dinger die brauchen auch 2x2 das heißt wir müssen eigentlich haben wir nur noch die reihe hier oben moment ich wollte schon noch im gärtnern bleiben nur noch die reihe hier oben wo wir einserpflanzen einpflanzen können hier was aber bis dahin können wir zwei erbauen da soll mir auch recht sein so düngern wir natürlich auch mal nach guck mal hier habe ich nichts eingepflanzt geht natürlich nicht pflanzen wir überall die schönen pflanzen ein so ihn hier können wir auch ernten aber gleich die vier sind dann einer die vier sind einer die vier sind einer die vier sind einer die vier sind einer okay die beiden können wir noch unbeflasen also mit einserpflanzen bepflanzen das ist das wort einserpflanzen so das heißt wir brauchen jetzt faser gewebe aus der gekostation da würde ich sagen da reiten wir mal geschwind hin weil ich glaube das wäre schon ganz wichtig dass wir das hydrotonik ding da schnellstmöglich abstoßen und ich meine heute abend sind wir zum essen eingeladen das heißt wir haben auch schon genug soziale interaktion für einen tag würde ich mal sagen wir können ja nicht nur mit leuten hier zeit verbringen denn morgen früh könnte man zeit mit den beiden verbringen mit der drudi und der jasmine und unsere freundin die muss ja auch noch mal irgendwann ich würde jetzt nicht sagen zum schuss kommen aber wir müssen zeit mit ihr verbringen ja zumindest nette geste ich meine nicht dass die irgendwann sich vernachlässigt fühlt ich meine ich bin hier schwer beschäftigt so ist es nicht aber das ist ja schon auch blöd die zeit muss man sich ja auch nehmen so faser gewebe auf quasi allen ebenen außer auf der sie wenn ja eins bis sechs ja dann gehen wir mal in die eins rein würde ich sagen wir haben noch zwei tage ein ticket überall auf der oberfläche der wüste stapeln sich materialien die abgebaut und dass wiederverwertbare ressourcen geborgen werden können von zeit zu zeit können sie aber auch eine besondere überraschung enthalten ja irgendwelche geier die einen angreifen nennen wir es besondere überraschung tödliche angriffe würde ich jetzt eher sagen so rein da was haben wir denn da perfekt faser gewebe das wollen wir haben bei trosenhorn zu eins dann nehmen wir auch mit auf komm so da haben wir noch was feines hübsrad ich nehme die relikte halt auch mit wenn wir schon gerade dran sind können wir jetzt ja nicht einfach liegen lassen und ich meine wer das relikt nicht ehrt ist das faser gewebe nicht wert oder wie war das das darf man natürlich auch nicht außer acht lassen manche von den dingern kann man ja auch wirklich einfach im vorbeigehen mitnehmen 2000 horn so dann gehen wir hier auf ebene zwei einfach mal durch den boden getroppt so hallo kommen wir jetzt an da oder was passiert jetzt wie keiner doch da wollte ich gerade schon sagen hier gibt es nichts aber matrosenhorn teil eins also die matrosen hatten ganz schöne teil teil eins hören an probleme das ist mein faser gewebe dann reiche mir das faser gewebe so oh wir haben einen punkt bekommen so schauen wir doch mal direkt rein halt zwei ausdauer beim einholen einer leeren sandfalle wäre schon ganz nice zusätzlicher gegenstand mehr beim bäume treten essen mehr dreck beim kräuter sammeln wird tatsächlich noch den schockpunkt hier nehmen wenn wir bei uns 1 2 3 4 5 6 7 8 und 10 11 12 level haben wir noch folds dann haben wir hier alles an leveln eingepackt was wir einpacken können oh da unten gibt es auch noch ganz viel loot ja ich komme noch nicht dran ja warte dann buddeln wir uns hier halt runter ich will doch nur Faser gewebe eine gewebeprobe sozusagen ok dann müssen wir hier noch runter wir können uns hier auch einfach unterirdisch lang buddeln das ist zwar sand aber es fällt uns ja Gott sei Dank nicht auf den Kopf daher müssen wir uns da ja auch keine Sorgen uh hier sollten wir uns nicht lang buddeln nevermind ich muss hier rüber soviel zum Thema es fällt uns zwar nicht auf den Kopf aber wir fallen durch den Boden wir fallen der nächsten Ebene sozusagen auf den Kopf das wollen wir natürlich auch nicht das ist gefährlich das könnte weh tun sowohl mir als auch der Ebene also wahrscheinlich nur mir aber so jetzt haben wir hier alles oder? dann können wir auch der nächsten Ebene auf den Kopf fallen aber ich sage an der Stelle mal vielen Dank fürs zu sehen wenn es dir gefallen hat lass ein Like da gerne auch ein Abo Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare und über morgen 18 Uhr geht es weiter bleib gesund, hau rein und bye bye bis zum nächsten Mal